Hallo, ich bin Gerald, Produktmanager bei Soulstar und wir machen Einlagen ganz speziell für den Radsport. Ganz speziell für den Radsport bedeutet, dass wir im Grunde genommen die Biomechanik und die Anatomie des Fußes, wie sie für das Laufen und das Gehen gestaltet ist, ausschalten. Der Fuß an sich wurde ja nicht für das Fahrradfahren gemacht, sondern eher für das Laufen, Springen und Gehen. Das heißt, er ist sehr flexibel. Beim Fahrradfahren möchten wir aber diese Flexibilität gar nicht, sondern der Fuß soll sich nur nach oben und nach unten bewegen. Daher möchten wir dem Fuß helfen und ihn sowohl auf der Innenseite als auch auf der Außenseite fixieren, sodass der Fuß nicht mehr nach innen oder nach außen fallen kann. Dazu verwenden wir bei allen Sohlen einen festen Kern. Der ist entweder aus Glasfaser, aus Carbon oder aus einem Gemisch aus Kunststoff und aus Glasfaser. Wir haben zum einen mit der Marke Ergon ein gemeinsames Kooperationsprodukt, die Sohle IP3. Hier besteht der Kern aus einer Mixtur aus Kunststoff und aus Glasfaser. Kostet 49 Euro und richtet sich im Grunde genommen an jeden, der Radsport betreibt oder das Radfahren in seiner Freizeit genießt. Als weiteres Produkt haben wir die Soulstar Control. Diese kostet 99 Euro und richtet sich im Grunde genommen an den ambitionierten Radsportler. Sie besitzt einen sehr festen Glasfaserkern, sodass der Fuß schon sehr stark stabilisiert wird. Als Ergänzung zur Soulstar Control existiert die Soulstar Tour. Sie richtet sich eher an den Tourenfahrer, an den Abenteurer und man kann sie auch im normalen Straßenschuh benutzen. Das heißt, wenn man mit dem normalen Schuh zur Arbeit fährt, einfach tagsüber im Schuh lassen, da der feste Kern aus Glasfaser trotzdem in Längsrichtung ein bisschen Gehbeweglichkeit zulässt. Und als Topprodukt von André Greifel empfohlen haben wir noch die Soulstar Black. Diese besitzt einen sehr, sehr festen Carbonkern, sodass der Fuß im Grunde genommen zu 100% stabilisiert wird. Und dabei meine ich jeden Fuß, also sowohl ein flaches Fußgewölbe als auch ein hohes Fußgewölbe. Die Soulstar Black, wie gesagt, besitzt einen festen Carbonkern und richtet sich an alle Sportler, die wirklich auf das letzte Gramm gucken und die absolute Stabilität im Schuh haben möchten. Und als kurze Übersicht nochmal zum Abschluss die Preise. Die IP3, zusammen mit Ergon entwickelt, kostet 49 Euro. Die Soulstar Control kostet 99 Euro. Die Soulstar Tour 89 Euro und die Soulstar Black mit Carbonkern 169 Euro. Die Soulstar Black mit Carbonkern 169 Euro.